Die Ukraine hat es 2022 geschafft, den russischen Versuch, sie handstreichartig als souveränen und unabhängigen Staat zu liquidieren, zu vereiteln. Sie hat die russischen Truppen weiträumig zurückwerfen können, ihnen große Verluste zugefügt. 2023 hat sie den Versuch unternommen, mit einer Großoffensive die russischen Truppen aus den besetzten Gebieten ganz zu verdrängen. Das ist ihr nicht gelungen, unter anderem deswegen, weil die Unterstützung durch die westlichen Länder nicht schnell genug und nicht in dem Maße erfolgt ist, wie es notwendig gewesen wäre. Die Zeit spielt für Putin, das weiß er auch, denn darauf setzt er, denn je länger dieser Krieg dauert, desto größer ist auch das Risiko, dass in den westlichen Ländern die Unterstützungsbereitschaft für die Ukraine sinkt und das könnte sehr ungünstig sich für die Ukraine entwickeln und den Russen in die Hände spielen. Grundsätzlich hat sich an der Haltung Russland nichts verändert. Das Ziel der russischen Politik unter Putin ist nach wie vor, die Ukraine als unabhängigen, westorientierten, souveränen Staat zu beseitigen. Das ist Teil eines größeren Konzepts einer imperialistischen Politik Russlands, die seit vielen Jahren verfolgt wird. Putin möchte als derjenige Herrscher in die Geschichte eingehen, der das Russland wieder zu einer imperialen Großmacht geführt hat und der die Dominanz Russlands über die Länder, die einst zum Herrschaftsbereich der Sowjetunion gehörten, wieder hergestellt hat. Neben diesem imperialen Motiv gibt es aber auch noch ein zweites, das im Westen viel zu oft übersehen wird. Dieser Krieg ist ein Kampf gegen Zivilgesellschaft und gegen Demokratie. Mit der Orangenen Revolution in der Ukraine hat Putin die Angst entwickelt, dass diese Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft und die Orientierung auf Demokratie und Sympathien für den Westen auf Russland überschwappen könnte. Und das will er mit allen Mitteln verhindern. Denn sollte das der Fall sein, dann würde das natürlich seine Herrschaft und das diktatorische Regime, das er in den letzten 23 Jahren sukzessive aufgebaut hat, gefährden. Die Ukraine ist auf die Unterstützung durch die USA und die Europäische Union angewiesen. Die Ukraine hat immer gerade so viel bekommen vom Westen, um die Lage stabilisieren zu können, aber nicht so viel, um wirklich erfolgreich diesen Krieg beenden zu können. Wenn der Westen die Ukraine unterstützen möchte, dass sie diesen Krieg nicht verliert, dann müsste er auch sein überlegenes Wirtschaftspotenzial effizienter zum Einsatz bringen. Der Westen müsste Russland klar machen können, dass es mit seiner völlig unterlegenen Wirtschaftskraft mittelfristig eigentlich gar keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen. Aber dazu müssten im Westen eben auch entschlossenere Entscheidungen getroffen werden. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass die Ukraine gezwungen wäre, zu kapitulieren und den russischen Forderungen nachzugeben. Das hätte unabsehbare Folgen, denn das würde Putin ja in seiner Politik bestärken, dass es möglich ist, Krieg zu führen, dass es möglich ist, Nachbarländer zu überfallen und Territorien zu annektieren, ohne dass das ernsthafte Konsequenzen hat. Das umgekehrte Szenario, das aus der ukrainischen Sicht günstigste, wäre, wenn es der Ukraine gelingen würde, die russischen Truppen aus den besetzten Gebieten zu verdrängen. Das wäre für Putin eine Blamage und ein sichtbares Scheitern seiner Politik und das würde mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Ende seiner Herrschaft bedeuten. Mit einer neuen Regierung wäre dann möglicherweise ein dauerhafter Friede möglich. Dazwischen gibt es unterschiedliche Szenarien, die auf Kompromisse hinauslaufen könnten. Bei all diesen Gedankenspielen muss man sich aber klar sein, dass Kompromisse in der gegenwärtigen Situation mit großer Wahrscheinlichkeit keine Dauerlösung sein würden, sondern nach einer Zeit des Kräftesammelns dann wieder Krieg losbrechen würde und kein wirklicher Friede hergestellt ist. Die Situation ist deswegen so schwierig, weil Putin ja Gebiete annektiert hat, die das russische Militär noch gar nicht kontrolliert. Das heißt, die Ukraine würde, wenn sie auf die Bedingungen Russlands einginge, die Putin gestellt hat für Friedensverhandlungen, auf Gebiete verzichten, die zurzeit gar nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Das wäre für eine ukrainische Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung kaum vertretbar, nach all den Opfern, die erbracht worden sind. Der Beginn dieses Krieges war eine Aggression Russlands gegen ein Nachbarland. Niemand hat Russland bedroht. Kein Nachbarland hat irgendwelche Gebietsansprüche oder sonstigen Ansprüche gegenüber Russland, sondern Russland ist ganz eindeutig der Aggressor. Daraus folgt, dass eine Friedensordnung so beschaffen sein müsste, dass die Nachbarländer Russlands dauerhaft und glaubwürdig vor künftigen potenziellen Aggressionen Russlands geschützt sind. In Bezug auf die Ukraine würde das bedeuten, entweder Mitgliedschaft in der NATO oder vergleichbare Sicherheitsgarantien, die aber so glaubwürdig konstruiert sein müssten, dass Russland sie ernst nimmt. Ein wirklicher dauerhafter Friede setzt aber voraus, dass Russland, insbesondere die russische Führung, sich von dieser imperialistischen Ideologie verabschiedet, die gegenwärtig verfolgt wird und die im Volk verbreitet wird, dann wäre es natürlich auch angebracht, Russland so in die künftige Friedensordnung einzubinden, dass es keine revisionistischen Reflexe entwickelt, sondern sich auch selbst gut aufgehoben fühlt in dieser Friedensordnung. Das ist eine extrem schwierige Herausforderung, eine solche Friedensordnung herzustellen und dauerhaft Russland einzubinden. Ob das gelingen wird, ist fraglich. Und überhaupt muss über all diesen Szenarien ja derzeit der Vorbehalt stehen, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind und in der gegenwärtigen Form sehe ich nicht, dass dieser Krieg schnell beendet werden kann.